Guten Morgen meine lieben Zuschauer zum heutigen JFT-Devisenradar am Mittwoch, dem 5. Oktober. Ich grüße Sie ganz herzlich und wir wollen heute, wie gestern schon angesprochen, auf den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen schauen. Den Goldpreis, der sich heute ein Stück weit erholt, der geriet ja gestern richtig unter Druck. Den möchte ich mir aber erst morgen vornehmen, das schon mal vorab. Der Goldpreis wird morgen bzw. heute Nachmittag schon zum JFT-Devisenradar-Webinar von 15 bis 16 Uhr im Fokus stehen. Wir werden uns den Goldpreis mal anschauen, weil gestern gab es ja doch, ich will mal so sagen, die derbe Kelle auf den Goldpreis. Hier ganze fast 50 Dollar verloren, 47 Dollar rund waren es. Also ein wirklich wahrhaftiger Ausverkauf und das wollen wir uns dann mal ein Stück weit näher betrachten. Heute soll es aber um den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen gehen, der gestern eben gleichwohl nicht dem Goldpreis fiel, sondern vielmehr stieg. Und das sehen wir auch hier in der entsprechenden Tageskernel, die wir uns hier mal anschauen. Wir sehen hier den Preisverlauf vom Währungspaar und interessant ist, dass wir im Prinzip hier eine relativ strukturell geradlinige Abwärtsbewegung hatten. Und besser gesagt, diese auch schon hier seit Anfang des Jahres hier mit vorbildlichen Punktlandungen an dieser Trendlinie eben immer wieder dann auch sozusagen ihre Bestätigung erfuhr. Erkennbar dann jedoch ganz klar, dass hier im Bereich von 100 Yen Interventionen sowohl verbal als auch aktiv diesen Abverkauf stoppten, den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen hier dann immer wieder ein Stück weit in eine Stabilisierungsphase überging, leasen. Und man sieht hier sehr schön wirklich wie an diesen Punkten eben immer wieder auch da der Yen eine gewisse Schwäche erfuhr und der US-Dollar entsprechend performte. Das Ganze nahm dann hier Ende September wieder Form an, nachdem die Marke von 100 Yen hier touchiert wurde am 27. September mit 100,08. Das ist hier wirklich, ja gerade so am Limit, sage ich mal, vor der 100 Yen Marke, aber letztlich wieder touchiert kann man meinen und dann folgten eben hier weiter steigende Notierungen. Gestern dann der fuminante Ausbruch, auch durch die US-Dollar Stärke letztlich, gab es aber hier den richtigen Schub nach oben und Tatsache ist, wir haben mit dieser Momentum Kerze, und das ist eine Art Power Candle, die wir hier sehen, gestern US-Dollar Yen hier mit, jetzt muss ich mal kurz spicken, aber 130 Pips nach oben gelaufen, der Durchschnitt beträgt aufgrund der fallenden Volatilität während der letzten Zeit rund 85 Pips nur. Also gestern, das sehen Sie auch in der Kerzengröße, ein definitiv stark bullischer Tag, der gleichwohl hier über das Niveau von 152, 155 führte. Hier ganz klarer Widerstandsbereich und dieses Level ist mitsamt dieser Abwärtstrendlinie jetzt überwunden. So oder so kann man sagen, jeder Rücksetzer erscheint mir als Kaufgelegenheit und auch gestern wurde in meinem Stream hier schon thematisiert, dass der Markt möglicherweise weiter aufwertet. Das sehe ich ähnlich und insofern, wenn es denn Rücksetzer geben sollte, scheinen die mir hier in dem Bereich 102 Kaufenswert um und das ist das nächste Ziel hier Richtung 106 zu laufen. Also das kann man hier relativ unverblümt sagen. Der Markt scheint jetzt bereit für eine weitere Aufwertung. Der US-Dollar sollte hier profitieren, der Yen entsprechend schwächer gehen. Als Indikation weiter kann man hier sozusagen die Power Candle nehmen, die nicht mehr als 50% korrigiert werden sollte im Idealfall. Da kann man hergehen im Prinzip und das Tageshoch und Tagestief sozusagen mit Fibonacci versehen. Das 61er Retracement wäre sozusagen, wenn man mal die wesentlichen Levels mal markiert, wäre im Prinzip das Maximum an Rücklauf, was man dem Währungspaar hier sozusagen einräumen könnte, einräumen dürfte. Und da müsste hier das Währungspaar dann aber auch schon spätestens drehen, um eben diese Power Candle nicht zu relativieren. Das wäre definitiv schlecht. Geht es also hier deutlich drunter, insbesondere unter diese Kerze, dann kann es meines Erachtens auch locker nochmal zu einem Touch der 100er Marke kommen und dann auch durchaus ein Stück tiefer gehen. Und insbesondere unter 100 Yen per Tagesbasis, insbesondere auch per Wochenbasis, würde meines Erachtens das Währungspaar dann derart schwächen, dass wir dann hier durchaus Richtung 97, 95 Yen abfallen dürften. Das ist auch zunächst ja eine präferierte Variante, eben dessen, dass es hier weiteren Druck geben dürfte, der Yen weitere Stärke erfahren sollte. Aber wir haben ja auch im November die Wahlen. Das dürfte dann hier auch nochmal zusätzlich anheizen. Aber grundsätzlich sieht das eigentlich mal gar nicht so aus, als wäre es zumindest jetzt hier der Fall, dass der US-Dollar hier schwächelt. Nein, es sieht vielmehr so aus, als würden wir hier weiter nach oben laufen. Und insofern hat sich der Bias kurzfristig auf Bullisch gedreht. Also ich sehe hier durchaus Potenzial in Richtung 106, 156. Hier haben wir dann ein Horizontal-Widerstands-Cluster, auch mit diesem Spike hier von Juli nach oben. Da sollte sich meines Erachtens die Price Action ein Stück weit relativieren und zumindest eine größere Gegenbewegung anstellen, die dann hier zum Pullback in Richtung 153 führen könnte. Aber das ist jetzt zu viel orakelt. Aktuell, wie gesagt, meines Erachtens bullischer Ausbruch, bullische Fortsetzung wahrscheinlich. Das Ganze wird auch ein Stück weit gestützt durch die Saisonalität, die insbesondere, man sieht es ja im Oktober, relativ zäh ist. Ein Dip noch zum Ende des Monats, dann aber November generell bullischer Bias, stark bullischer Bias. Sehen Sie auch hier an dieser Preisskala oder Punkteskala vielmehr. Das geht hier deutlich in Richtung 102. Das ist schon hier eine gute Hausnummer. Da ist der Dip hier in Richtung 99,9, 99,8 fast schon zu vernachlässigen. Also sieht das rein saisonal auch schon mal gut aus und insofern sollte man sich hier durchaus auf steigende Preise einstellen können. Das Ganze, wie gesagt, relativiert, wenn wir hier erst mal unter das 61er Level fallen. Dieser Power Candle 102, unterhalb von 102 wird es meines Erachtens schon ein Stück weit brenzlig und richtig bedauerlich, in Anführungszeichen, wäre es dann, wenn wir unter 101,50 gehen. Also die Power Candle sozusagen hier definitiv hinter uns lassen. Unter 101,50 wäre dann meines Erachtens das Risiko eines Fehlausbruchs durchaus gegeben. Also Fake nach oben und das könnte sich dann auch relativ schnell auflösen in einer starken Abwärtsbewegung. Und das muss man natürlich auch im Kalkül haben, da der US-Delegung mit dem japanischen Jern durchaus auch hin und wieder zu Fehlsignalen neigt. Aber das ist die aktuelle Lage zur Nation, hätte ich jetzt fast gesagt. Wir warten mal ab, was passiert. Situation aber, wie gesagt, höchst bullisch und den Goldpreis nehmen wir uns heute Nachmittag im Devisenradar-Webinar, beziehungsweise dann auch natürlich morgen zum JFT-Devisenradar unter die Lupe. Heute sehen wir oder seien wir eine leichte technische Gegenreaktion. Mal sehen, wie es aussieht. Schartechnisch auf jeden Fall ein Stück weit was zerschlagen. Intraday US-Delegung, halt, das wollte ich Ihnen noch gar nicht verunthalten. Wie gesagt, leichte Rücksetzer könnte es geben. Pivot-Level heute 1.247, könnte also touchiert werden. Wäre meines Erachtens eine schöne Chance, um in das Währungspaar einzusteigen, wenn es einen solchen Rücksetzer gibt. Pivot-Point sollte hierbei nicht durch oder unterschritten werden. Wir haben mit dem gestrigen Hoch hier auch einen kleinen Widerstands-Cluster, knapp unter 100 Reihen. Darf jetzt hier durchaus als Widerstand angesehen werden. Wenn wir darüber gehen direkt, dann sehe ich hier durchaus kurzfristiges Momentum. Gehen oben, dann halt direkt weiter praktisch. Und wie gesagt, die Power-Candle selbst sollte hier nicht massiv unterschritten werden. Im Stundenchart lässt sich aber auch hier, wenn man es jetzt ein bisschen kurzfristiger sieht, durchaus auch einen Aufwärtstrend einzeichnen, der sich sogar öffnet. Wenn man hier die obere Projektion nimmt, das Ganze anpasst, schaut es her. Das sieht schon ganz gut aus, ein sich öffnendes Dreieck. Verspricht grundsätzlich weiteres Potenzial. Eine zusätzliche Beschleunigung, wenn wir hier oben rausgehen. Aber unterstützungstechnisch auch hier im Stundenchart schön zu sehen. Haben wir hier 1,250. Auf jeden Fall ein schönes Level, ein schönes Price-Action-Level, was auf jeden Fall halten sollte. Das nochmal hier kurz. Ja, als Intraday-Check, als Intraday-Update für Sie. Gleich noch, weil wir Intraday unterwegs sind, den Wochentag dazu, der heute Bullish ist. Mit 56% positive Schlusspreise der Bullish-Tag. Und insofern, Rücksetzer könnten hier Kaufgelegenheiten sein. So, dann sage ich erstmal Danke fürs Einschalten. Schauen Sie bei uns vorbei auf dem JFD-Desktop. Prüfen Sie die Brokerage-Funktion Guidance und JFD. Der Handel hier war ja möglich. Also Sie können CFDs und Forex über diese eigentliche Analyse-Plattform zuvor, jetzt eben auch Handels-Plattform abarbeiten. Auf jeden Fall eine riesentolle Sache. Dazu wird es auch auf der World of Trading das ein oder andere Special geben. Freue ich mich drauf, wenn wir uns sehen. Ich sage erstmal Danke fürs Dabeisein. Wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag. Ihr Christian Kemmerer. Und Tschüss. Wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.